Hallo und herzlich willkommen bei kochen und backen mit Mel und Mo. Wir machen einen Mandelbratapfel. Der Zeitaufwand beträgt circa 45 Minuten und die Nährwerte beziehen sich auf einen Bratapfel mit einer Kugel Vanilleeis. Zuerst drei Äpfel schellen und entkernen und den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Dann erhitzen wir 50 Gramm Butter in einer Pfanne und wenden darin drei Äpfel. Dann mischen wir 40 Gramm gemahlene Mandeln mit einem halben Teelöffel Zimt und 50 Gramm Zucker Dann die Äpfel mit der Mandelmischung panieren und in eine Auflaufform legen. Dann den Rest der Mandelmischung in die übrig gebliebene Butter geben. Und 50 Gramm Marzipan hinzufügen. Dann die Äpfel mit der Marzipanmischung füllen und 30 Minuten backen. Danach mit einer Kugel Vanilleeis servieren und warm genießen. Schaut euch noch andere tolle Rezepte von uns an. Wir sagen Danke und Bye Bye!